Oido, Freunde des gepflegten Los Blays, wir begrüßen euch zu einem neuen Abenteuer. Georgina und ich, wir gehen jetzt hier. Eine alte Tankstelle haben wir gefunden. Freunde, da, da gehen wir jetzt rein. Pass auf, jetzt hier. Drei, vier. Ja, was soll es denn jetzt so sagen, sag mal. Das ist einfach ja nur völlig durchgeschossen. Alter, guck mal da, Georgina, siehst du da? Eieieiei. Georgina, ist das cool hier? Das ist ein toller Spielplatz für Georgina. Eieieiei. Also hier war bestimmt mal, hier war toll, ach, hier war Werkstatt haltet, siehst du? Freunde, erwartet nicht so viel, da gibt nur einen ganz kurzen, schnellen Run hier durch. Toilette brauchen wir nicht. Komm, jetzt gehen wir mal hier durch, zack, wow. Da sitzt du eigentlich in dem Auto, die will nicht mit, weißt du? Zack, tschack. So. Ey, man, das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Guck mal hier, von da oben. Zack. Da ist noch was. Was ist denn? Ja, voll auf Georgina, zieh den Kopf rein. Hier ist auch Werkstatt mit Grube, komm wir gucken mal hier, Hieschen in der Grube. Warte auf Georgina. Guck mal hier, fette Grube, siehst du da auch nach. Aber sieht nicht schlecht aus. Was war das denn hier? Prüfstand hier oben. Guck mal, wir gucken mal hier raus. Tja. Okay. Na gut. Jetzt müssen wir hier wieder turnen durch. Wir gehen besser wieder hier durch. Vorhin, das ist ungeschnitten alles. Ungeschnitten. Wie schnitten Brot. Guck mal. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Die Waschmaschine ist auf jeden Fall da. Jetzt gehen wir da vorne gucken. Hier ist schon alles eingestürzt. Hier ist das Dach eingestürzt. Hier ist das Dach eingestürzt. Okay. Okay. Dann gehen wir da besser nicht da rein. Das ist uns so gefährlich. Wenn die Dächer eingestürzt sind, da wollen wir nicht rein. Warte, Georgina? Ne. Das will die da nicht. Dann gehen wir hier weiter. Wapska. Jetzt sind wir hier ganz hinten. Was ist denn hier? Wir gucken mal hier nicht das Fenster rein. Das war mal so eine Werkstatt oder so. Hier waren wir mal so kleine Dinge. Das ist die andere Seite von der eingestürzten Ecke da. Ja. Kann man hier durchgehen, sag mal. Hier hin. Komm mal. Jetzt schlagen wir uns die durch die Büsche. Eieieiei. Hinten rum. Durch die Büsche. Von vorne in das Auge rein. Tatsächlich. Hier sind wir hier hin. Ach, jetzt hier alles von hinten. Siehst du da? Guck mal. Das war schon ein großes Gebäude, ne? Georgina findet soweit immer klasse. Ist immer ganz aufgeregt. Guck mal drauf. Ach, siehst du da rum, siehst du? Georgina. Aber jetzt ist der kleine Runde dran hier. Ein Computergedöns. Ja, das war die Toilette von innen. Hier da. Waschbecken. Das war es eigentlich schon, Freunde. Hier. Ja, tanken können wir auch nicht. Hätte man tanken können. Was haben sie denn hier? Ach, da haben sie schon das. Komm. Eigentlich könnte man hier grillen. Ein paar Würskis grillen. Wäre nicht schlecht. Gut. Hier. Ich weiß nicht. Ob Abruf runter nimmt, wann man hier das Hauptquartier hat oder so. Ne? Das weiß man nicht. Das Ding ist ja sowas von durch. Halleluja. Freunde, der Nacht. Der Tankstellenwacht. Ja. Das wird jetzt so ungeschnitten. Ohne Musik. Ohne alles. Geht das jetzt hoch an YouTube. Hat Georgina gesagt. Ja. Das machen wir jetzt. Und in diesem Sinne. Wir wünschen euch ein fettes Hordeau. Bleibt sauber. Wascht euch die Pfoten. Georgina hat das nicht verboten. Ne? Auf gar keinen Fall. Kätzchen. Hier. Da. Und nicht vergessen Zwischenkaffee trinken. Auf jeden Fall. Pass auf. Ich muss auch noch irgendwie Zwischenkaffee trinken. Ja. Georgina steigt jetzt ein hier. Oh. Die legt durch das. Ja. Georgina war cool, ne? Ja. Georgina, das sind 6 Minuten. 7 Minuten. 7 Minuten pure Action mit Georgina. Heidewitzka. Georgina, wir könnten mal ein Plätzchen essen, würde ich mal sagen. Was hältst du davon? Oh. Ach ja. Wir hatten ja vorhin den Mund abgeschlossenen Schlüssel weggeschmissen. Eieieieiei. Freunde. In diesem Sinne würde ich aber trotzdem mal sagen, das rauscht sehr bestimmt. Oh. Jetzt hier. Pass auf. Einen gebe ich noch. Ja. Das ist Berliner Brot. Das haben Georgina Geschenke gekriegt von ihrem Freund. Von der schwarzen Hand. Ja. Freunde. Das schmeckt mal richtig gut, würde ich sagen. Man spricht mit der... Mit dem vollen... Ne, man spricht nicht mit vollem Mundkätzchen. Rein in diesem Sinne. Heidewitzka. Georgina? Heidewitzka Grüß. Kl timing. Speaking old lady. Freund, bleibt sauber gerade. Wir sehen uns. Heidewitzka tennis schwein. Ha 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 ha!